Ein weiterer starker Partner im Team. Die Damasko Uhrenmanufaktur unterstützt Mark mit einer extrem hochwertigen und robusten Uhr für den Weltrekord. Da Damasko auf Fliegeruhren spezialisiert ist, wurde rasch das ideale Modell für Turbo gefunden. Firmengründer Konrad Damasko und Nadia Damasko zeigten Turbo dann bei einem Rundgang durch die Manufaktur die einzelnen Schritte bei der Fertigung seiner Uhr. Damasko konstruiert, fertigt und vertreibt mechanische Armbanduhren bereits seit dem Jahr 1994. Mehr als 90% der durchschnittlich über 250 Teile einer Damasko Uhr werden selbst gefertigt. Herausragend ist dabei die Kombination von modernster maschinellen Fertigungstechnologie mit exzellentem handwerklichen Können. Die fertige Uhr, ein Spitzenmodell mit Silizium-Elementen für optimale Zuverlässigkeit, passt ideal zu Marks anspruchsvollem Vorhaben. Das ist die DC66SI Black. Hier möchte man einfach wissen, im extremen Kunstflug, wie verhält sich die Uhr als Präzisionswerkzeug. Und das werde ich testen während der ganzen Vorbereitungsphase und beim Weltrekord selber. Damasko unterstützt Marks Projekt aus vollem Herzen. Zum einen liegt uns die Unterstützung von Elisa sehr am Herzen, zum anderen produzieren wir nur Fliegeruhren und haben an diesem Tag mit diesem Weltrekordversuch die Möglichkeit, unsere Uhr noch einmal zu testen, wenn es Extrembedingungen ausgesetzt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017